Namaste. Guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Hückenwirbelsäule gerade ist, aufrecht. Nimm nichts mit in dieser Meditation an Gedanken, Ideen, Vorstellungen, an Ängsten, an Sorgen. Lass einfach alles los, was dich in diesen Tagen bewegt und beschäftigt. Sehr relaxed. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen, halten, 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 halten und ausatmen. Beim Ausatmen alles loslassen. Noch einmal. Zur Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Narishodhana die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen. Von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch. Rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Wechsel rechts ausatmen. Rechts einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel links ausatmen. Links einatmen. Wechsel links ausatmen. Wechsel links ausatmen. Wechsel links ausatmen. Und rechts ausatmen. Und rechts ausatmen. Pranayama Narishodhana die wechselnde Nasenatmung kannst du während des Tages öfters üben. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Lass uns dreimal Omsingen. Omsingen Lass uns dreimal Omsingen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, den Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Ewig. Unendlich. Ohne Beginn und ohne Ende. Man erkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. Eines jeden Menschen ohne Ausnahme. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie. Mahavatar Babaji. Mahavatar Babaji. Und du kannst du mit deiner Seele und mit deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir. Mit der Rückenwirbelsäule gerade Konzentration auf dem Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Konzentration auf dem Bereich zwischen den Augenbrauen ist es nicht notwendig zu versuchen, deinen Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Beobachte und fühle wie du nach jedem Ausatmen geistig ruhiger und körperlich entspannter bist. Konzentration auf dem Bereich zwischen den Augenbrauen und pokemelten der Auf된 und präsentation auf dem Bereich zwischen den Augenbrauen betonen soll die Wahrheit gegen den Augenbrauen par니 an und Fanbr Anch periodown jetzt ! Namen die neben die Hössensheil-Sprung angewand Was bedeutet mir, dass wir Studier aus Schubert oder auch Sprüger allein niemals schafflar premiere, und Abenteuili, sich zu entdecken und Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf Dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen so. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Amm. So. Amm. 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 Wenn Gedanken, Emotionen oder Bilder auftauchen, schenke ihnen keine Beachtung, lasse sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Mantra. So Ham So Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke gerade aus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. Sou Ham Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Legt das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille. Bleib aufmerksam und konzentriert, beobachte und höre. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit und für Dankbarkeit. Stell dir die mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde vor. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen. Wünsche ihnen allen, ohne Ausnahme, das höchste Gute. Sie sie alle gesund, zufrieden, selbstbewusst, freundlich und friedvoll, erwacht zu ihrer wahren Natur, konstruktiv und optimistisch diese Zeit erleben und gestalten. Lächle ihnen zu und habe Mitgefühl, sei freundlich, sei gelassen, sei dankbar. Sie dich selbst, gesund, zuversichtlich, selbstbewusst, erwacht zu deiner wahren Natur, immer freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv diese Zeit erleben und gestalten. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar für diese transformative Zeit, für die Erkenntnis und Akzeptanz, dass in dieser materiellen Welt alles vergänglich und nichts vom Bestand ist. Lass uns gemeinsam einmal OM singen. Komme am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, da kannst du natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Atmosphäre verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit. Roy G. Davis schreibt in seinem Buch sieben Lektionen im bewussten Leben über das vierte Niyama Svatyaya. Svatyaya bedeutet Selbsterforschung, metaphysische Studien und meditative Kontemplation, um die eigene wahre Essenz und die Realität Gottes zu verstehen. In Patanjalis Yoga Sutras wird Svatyaya folgendermaßen definiert. Einsichtsvolles Studium und Analyse höherer Realitäten und intensive spirituelle Praxis führen zur Gottverwirklichung. Roy G. Davis schreibt in seinem Kommentar hierzu Ein intellektuelles Verständnis dessen, was Gott ist, was Seelen sind und woher sie kommen und von physikalischen und metaphysischen Gesetzen der Ursache und Wirkung ermöglichen es uns, unsere Beziehung zu Gott und dem Universum zu erkennen, effektiv zu leben und gekonnt zu meditieren. Svatyaya, das vierte Niyama aus Patanjalis Yoga Sutras, Selbststudium. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir noch ein Mantra singen. Loka Samasta Sukino Bhavantu Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta Sukino Bhavantu Ja, ich wünsche dir einen tollen Tag, ein erholsames Wochenende in dem Bewusstsein heute von Svatyaya, Selbststudium. Vielleicht hast du ein bisschen Zeit dafür, um ein bisschen in der Tiefe über dich selbst, das Leben und über Gott nachzudenken, zu reflektieren. Ja, wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste.